So, hallo zusammen, ich bin's, die Amanda, und wir drehen jetzt ein Trailer. Was auch immer ein Trailer ist, hab ich noch nie gehört. Jedenfalls vom 30. August. Äh, 30. August? Wo sind wir da überhaupt? Da guck ich in meinen Kalender. Schlachthof? Ach du Scheiße, der will mich schlachten oder was? Mir fährt Gulasch, Schnitzel. Ohne mich, da geh ich nicht mit. Schlachthof. Jetzt komm da, Vorsicht, schnell weg. Hup, da bist du ja endlich. Hast du mir was zu sagen? Was soll ich dir denn jetzt zu sagen haben? Red mal Taffelis. Willst du mich schlachten? Amanda, ich will dich doch nicht schlachten, nur weil wir in den Schlachthof gehen. Was denn dann? Naja, im Schlachthof, Amanda, also in den Schlachthof, wo wir gehen, da wird gelacht, da gibt's Spaß, da wird Stimmung gemacht. Ach schon. Sag mal, du hast es wieder total missverstanden. Wir beide, wir starten doch am 30. August im Münchner Schlachthof mit deinem Flieger, mit dem Flieger von Amanda. Ja, und wir laden alle ganz, ganz herzlich ein, mitzufliegen. Jawohl, 120 verrückte Flugminuten von München Richtung Rio de Janeiro. Ja, da sind wir ganz schön schnell. Naja, das ist ja ein schnelles Flugzeug, ja. Wir haben jede Menge verrückte Gäste mit an Bord. Ja. Nicht nur Amanda. Ich bin doch nicht verrückt. Naja, das sei mal dahingestellt. Du bist verrückt. Nein, Schlachthof. Naja, jetzt, Moment, wir haben einen Urlaubsbekannten von Amanda dabei. Ich hab einen glamourösen Gast von Broadway eingeladen. Ja, und noch jede Menge Überraschungen. Ganz genau. Also, jetzt schnell die Tickets sichern und dann mitfliegen. Wir versprechen Stimmung. Spaß, Musik und noch vieles mehr. Einen guten Flug und, ähm, ich glaub, Turbulenzen haben wir auch nicht so viele, ja. Na ja. Schlachthof. Schlachthof.